Ab und jetzt kann es mal schnell gehen auf Zwickauer Seite. Ab und jetzt kann es mal sehen. Der Ball ist schwebe und der junge Schubert mit den deutschen Nationalmannschaften unterwegs sind. In der Nachlizenzierung 400.000 Euro fehlten. Allein 100.000 kommen heute hier bei diesem Spiel zusammen. Und sie verstecken sich auch spielerisch nicht. Das ist hier im Augenblick ein Kick auf absolut gleichem Niveau. Allein 100.000 Euro fehlten. 3-0. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Dann noch mal 63 Spiele für Dresden. Zweite, jetzt die Konterchance über Geisler. Der ist allein durch, 16 Meter vor dem Tor. Wartet einfach zu lang. Wartet einfach. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Der erste Schuss bekommt ihn mal an den Fuß. Oh, Nertelli. Macht schon Spaß. Yannick Stark verliert den Ball. Aber Hodeck kann da zunächst keine Profit rausschlagen, bekommt aber den Freistoß. Komm! 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 Ruhe! Ruhe! Ruh! 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 Los, los, los!